Seien Sie gegrüßt mein Lord, ich bin der königliche Shako und ich begrüße Sie heute zu Folge 100 von League of Legends. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Und wer denkt, ich bin heute ein normales Spiel, der hat sich getäuscht, denn gleich werdet ihr sehen, dass heute mal eine kleine Special-Runde gibt, wo wir können machen öfteres, wenn ihr habt Lust. Werdet ihr gleich sehen, wird sehr witzig, hoffe ich. Ist schon eine vierte Runde, die ich versuche aufzunehmen, zweimal alle AFG gehabt, ging nicht gut. Und jetzt wir probieren noch einmal. So, und ich jetzt würde dann auch diese komische russische Oma gar nicht verreden. Ja, und dann herzlich willkommen zu Let's Play League of Legends Dominion Folge 100, wir haben es geschafft. So, und ich packe mir jetzt einfach mal ein bisschen davon rein, noch zwei davon. Und dann skille ich jetzt mal mein Wurfmesser hoch. Wir werden jetzt was Gewagtes probieren und zwar werde ich jetzt, die werden jetzt die Beinhöfe einnehmen, ich werde direkt hier hinter zu diesem Hof rennen. Weil ich glaube, wenn die Leute den Hof hier einnehmen, dann werden die gar nicht so richtig merken, dass, äh, die werden es gar nicht so richtig raffen, dass dann einer hier hinterrin, die werden sich darauf gedankt machen, dass hier und hier erobert wird und werden gar nicht so drüber nachdenken, dass da hier einer hinrennen könnte. Habe ich jetzt mal so in der Hoffnung, dass das klappt. Ja, genau, in den Abgrundjumpen, so mit dem Jump von Django. Okay, go, 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 go. da setzen wir, oh das war was der falsche, egal, da brauche ich nämlich gleich mal das Ding hier rein hier ist Wischen, deswegen muss ich hier aufpassen und hier gibt sowieso Speed Nalu, es laggt, mein Gott, es laggt oh oh, jetzt kommen wir noch drunter mehr aber wenigstens halte ich so eine ganze Menge Leute vor dem Kämpfen ab so der Gegner hat die Windmühle eingenommen er kommt drunter mehr wieder ho 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 so den wäre ich dann entkommen bis hier hinten, das ist so gut wie ich mir das vorgestellt habe er ist so gut gestorbt jetzt der Swain Swain ist mein Name Swain ist meine Gabe ich habe einen Gegner getötet go 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 so ich komme doch her hier einfach stupt so okay ich verfolge mal mit ich tue ich nicht Autsch wie fliegst du da dann? hätte ich da vielleicht drüber nachdenken sollen was ich tue drüber nachdenken was ich tue? das habe ich noch nie gemacht das habe ich noch nie gemacht oh nice ok Doppeltätung ich muss jetzt mal da runter weil ein Legaliu da in Gefahr ist so ja den hätten wir dein Team hat die Rack in eine Weh eingenommen weg hau weg weg hau 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 da kommt Gaiow wieder und da ist ein Geh-Buff Und da ist noch ein Zauberband. Hallo, ich würde da weggehen. Das haben wir noch gar nicht eingenommen. Das ist nicht so gut, da habe ich mich gerade verklickt. So, das mal hier unten und das kommt mal hierher. Rennen um dein Leben. Rennen um dein Leben. Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich. Oh, Alter, da drunter mehr. Was ist denn das? Irgendwie gewinne ich kein einziges Spiel. Das ist so krass. Ich gewinne wirklich kein Spiel. Bei Dominion. Derober die Raffinerie? Ah, da bin ich ja gerade. Cool. Neun. Ne, das war nicht die Raffinerie. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich bin das jetzt noch mal gefahren. Der Gegner zwischen Nexus ist also woher die Raffinerie. Ich bin das jetzt. Die Raffinerie. Saat mich noch nicht. Das war einfach. Okay, das ist wieder nichts. Oh, das ist nicht herzig. Aber so ein Team kann ja nichts vorordentlich kämpfen in der Zeit. Schade. Oh, schade. Okay, dann kommen wir hier, dann nehmen wir uns die Stiefel, dann nehmen wir uns ein bisschen Rüstung mit und dann setzen wir mal den hier und dann geht's los. Nein, ich geh aber mal hier uns an, helf mit. Go go go. Wo kommt ein Brunner mehr? Tot. Foto nass, Foto nass, Foto nass, oh mein Gott, Foto nass, oh mein Gott. Galio rennen. Wir kommen Twitch. Und. Der stirbt. Nice, sehr schön. Hauen wir uns mal die Tabi-Schuhe hier. Ein bisschen mehr Rüstung. Ein sehr ausgeglichenes Game. Oh, komm schon. Die Hohenmonstzer. Die Hohenmonstzer. Die Hohenmonstzer. Die Hohenmonstzer. Leute. Okay. Das sind Sau. So, der stoppt. Oh ja, los, komm. Komm her. Okay, das haben alle gestorben. Ich hab mir hier schon gewundert, warum sie nicht kamen. Äh, puh, 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 puh. Ein Gegner wurde getötet. ich mache mal auf hybrids normaler für zufrieden ich bin der schlechteste 556 habe ich das geschafft wir führen aus kann auch ganz schnell sich ändern also da ist in alle richtungen offen gerade so muss ich gerade nächstes da oben verteidigen aber es wird nichts das wird nicht klappen nein 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 go go das graves den holen wir auch noch ein verbündeter wurde getötet kann doch nicht sein oder ja also ja ja genau in ja das ist wirklich ich habe noch nie was intelligenteres erlebt als inzwischen warum ich jedes game verliere weil ich solche leute im team habe ja warum war das jetzt eigentlich klar ja man sieht schon dass sie jetzt drin wurde getötet äh draven erobern sie den knochenhof 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 verteidigen sie den steinbruch ist ja nicht mein hauptziel ich will zweifel über den knochenhof erobern ein verbündeter wurde getötet wir haben der hbt jetzt letzte rechte halten ein gegner wurde getötet dein team hat die windmühle eingenommen Go 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 Nein. Komm schon. Komm schon. Na also. Schade. Ähm. Willst du mehr AP mal noch holen? Ja, sieht, äh, schwer aus. Jetzt haben wir gerade wieder einen kleinen Bonus gekriegt, aber jetzt, äh, wird es hier oben gleich Probleme geben. Go, go, hallöchen, hallö. Oh, sie ist hier oben. Go, 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 go. Komm, 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 komm. Sie haben etwa den Monarch zerstört. So. Der Gegner hat das Vorloch einger oak Okay, da haben wir das Engel genommen, jetzt haben wir uns gegen Swain und das andere genommen. Was ist vorhanden? Da kommen Graves. Da kommen Graves. Das steht für ein Gegner zugebracht. Okay, zwei mal gekillt, selbst sind wir einmal gestorben. Komm schon, komm schon! Alter, sie haben 4 Dinge eingenommen. Was zum Teufel? Und der Korki ist Gottgleich. Na klasse. Ich stoppe für deinen grausamen Tod. Ich brauche die Hörnerstützung. Das lief nicht so gut wie ich gedacht hatte. Jetzt habe ich hier noch ein Item, für den ich Special Effekte auslösen kann. Komm schon, ich komme auf die Leichtseite. Ich auch Mann. Der Gegner hat den Steinbruch angenommen. Der Gegner wurde getötet. Alter, wir verlieren das hier noch. Ich sehe es kommen. Das ist so krass. Wieso kriege ich es nicht hin, mal eins dieser Games zu gewinnen? Ein Gegner wurde getötet. Go, 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 go. Komm schon. Ich habe es wieder nicht geschafft. 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 Fluch des Lichts brauche ich. Da verlieren wir gerade schon wieder ein. Ja, der erste gestorben. Jetzt holen wir uns gegen Sway dieses Ding hier. Oh, oh. Oh, nice. Jetzt das Ding hier. Komm, komm, komm. Go, go. Go, go, go. Macht er mit. Galio. Macht doch mit. Galio. Was macht der Typ? Was macht der Typ? Ist die wirklich behindert oder so? Ich wette, der lacht. Ja. Sag ich ja. Das war dein Spaß. Das war dein Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich verteidige den hier. Äh, ja. Mit der Verteidigung hat es nicht so gut geklappt. Jawoll. Dann haben wir wieder einen mehr als die. Selbst wenn sie den jetzt einnehmen. Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen. Der stirbt ja. Oh mein Gott, der killt mich. Ich hab mich gekillt. Ich hab mich gekillt. Hallo, ich bin Chaco. Du kannst mich nicht einfach zählen. Ich hab mich einfach gekillt. Einfach so. Als wär ich ein Niemann. Alter, wir verlieren das wirklich. Im letzten Moment noch. Das ist. Das kann nicht die Wahrheit sein. Wir verlieren das noch nicht. Ich werde das nicht verlieren. Alter Schwede. Das kann nicht sein, dass wir das so verlieren. Nein. Das ist die Harte. Passiert. 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 Dein Team hat den Steinbruch eingenommen. Das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Go, 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 go. So, weg damit und für uns. Wölven verteidigt und ich hoffe das reicht noch. Wölven, Wölven, go, 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 go. Oh mein Gott, das ist, oh mein Gott. Wölven verteidigt, Wölven verteidigt. Erster Tod. Hol' dich das Ding, hol' dich das Ding. Nein! Go, 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 go. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Der Wölf ist nicht aufzuhalten. Oh nein. Ein Verwunder wurde getrugt. Doppeltötung. Alter, 2 zu 2. Riven nimmt ein. Riven nimmt ein. Go. Alter, wir haben noch 10 Punkte. Wir haben noch 10 beknackte Punkte. Wir haben noch 10 beknackte Punkte. Oh mein Gott. Jetzt seht Ihr mich! Jetzt seht Ihr mich nicht. Das ich will nicht einen! Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Nein! Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Der ferh chambert wurde getötet. Komm schon Chaco! Oh mein Gott. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir hatten wieder einen, der gelackt hat. Den Team das vierte Mal in Folge. Und ich werde jetzt kein fünftes Game aufräumen. Auch nicht, wenn es Folge 100 ist. Es ist mir langsam echt zu blöd mit diesem Modus. Ich finde den Modus an sich ja sehr schön. Aber hier spielen echt nur Leute, die Lachs haben. Also alle Leute, die Lachs haben, kommen in diesen Modus rein. Weil sie die Arme-Mode nicht packen. Ja. Ist ein schönes Spiel. Wir haben es gerade fast geschafft gehabt. Obwohl es mega gut begonnen hat. Mit 100 Punkten Vorsprung haben der Gegner es dann nochmal rausgerissen. Ordentlich. Galio hat ja permanent nur noch gelackt. Ja und schade eigentlich. Aber, naja, war trotzdem ein schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Und vielleicht schaffen wir irgendwann die nächsten 100 Folgen. Vielleicht gilt es aber auch nicht so lange. Wer beißt das schon? Wer beißt das schon? Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüs. Tschüs. .